Da bei Sturm der Liebe die Stelle der Hausdame unbesetzt ist, will Alexandra eine alte Bekannte einstellen. Ihre ehemalige Haushälterin Nicole Alves will den Job übernehmen. Ihre Ankunft am Fürstenhof sorgt zunächst für Drama. Denn zunächst ist Robert nicht begeistert davon, dass die Schwarzbachs weitere Unterstützung bekommen. Dann aber lernt er Nicole besser kennen. Ist sie vielleicht die perfekte Frau für den Saalfelderben? Er ist nicht der einzige, der sich für Nicole interessiert, denn ein anderer Mann ist ebenfalls hin und weg von ihr. Gespielt wird Nicole von Dion Voodoo, die bisher als Musical- und Theaterdarstellerin Karriere machte. Zu ihren bekanntesten Projekten gehören Sister Act oder Chicago. Ab Ende Juni ist sie dann bei Sturm der Liebe zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017